Hallo, morgen, morgen. Andreas ist heute zu mir gekommen. Ach, ist das schön. Sounds from Wood, ich kann gar nicht reden, wir haben gerade so viel gespielt und Sounds from Wood, Akt 3, 20 Uhr und 20 Minuten, seit 20 Minuten brennt diese Kerze und wir spielen als erstes ein Lied für meinen kleinen, kleinen Louis. Louis' Song Musik 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 Louis Song, Louis, Louis, Louis Song Michael Victor, Louis, 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 Louis rav electrolyte Honda, Every once again Das erste Mal, dass ich mich getraut habe, in der Öffentlichkeit zu singen. Aber immerhin ging es um meinen Sohn. Da traue ich mich manchmal etwas. Das ist der gute Geist hier. Wir müssen gerade ein bisschen umbauen, einen anderen Bass nehmen und so weiter und so fort. Es gibt mal eine kleine Slideshow. Viel Spaß. So ist das mit den Kopfhörern. Jetzt sind wir gemütet. Ich glaube, ihr hört uns wieder. Das ist gut. Ich hoffe, ihr hört uns wieder. Ja, Louis' Song war Nummer eins. Nummer zwei sind die Weiden. Ein Haiku von mir vertont. Ja, ich muss noch das Kabel reinstecken, dann kann es losgehen. Ja, ich muss noch das Kabel reinstecken. Ja, ich muss noch das Kabel reinstecken. Ja, ich muss noch das Kabel reinstecken. Da, ich muss noch das Kabel reinstecken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieben Betrachten Mit dünnen Zweigen am Bach Für den Korb zu Haus 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 Macht 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 Für den Korb zu Haus für den Korb zu Haus für den Korb zu Haus für den Korb zu Haus